ja hallo liebe odyssey im auftrag des königs freunde geht weiter mit der version 2.5.5 und die folge 57 ich bedanke mich schon mal für die oder laufen die box söldner um bedanke mich schon mal für die einträge und für die daumen und für die info dass ich doch mal wieder meine schärfe meine klingen schärfen soll bzw schmieden lernen und schärfen lernen bei dem bei dem hawk auf dem schiff ich muss jetzt ich will zum strand hin alten jagdhaus aber ich habe hier doch die ork söldner und von wo bin ich gekommen von oben damals ja richtig das heißt also ach leute erst mal was futter dann eine rauch und dann mal was trinken ja gut okay dann versuche ich mal hier ja ja ich weiß ich wollte mich fertig machen aber ich lasse mich von euch nicht fertig machen kann ja hier einen tollen hechtsprung machen ja du lohm so ein bisschen angefressen wurden von dem aber alles mit allem geht's ja war ja jetzt muss ich den weg wieder finden muss am strand geht auch hier lieber ab hier sind komische geräusche wirklich eine gruselige insel sage ich euch eine gruselige insel ja ok an diesen schmalen pfad an diesen felsigen pfad kann ich mich noch erinnern naja schauen wir mal hier gibt sogar eine beleuchtung leute nur der kommt ja sogar ohne voranmeldung ja dann hat er sein schwert eingesteckt sein bogen gezogen oder armbrust so auf jeden fall irgendwo runter 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 war das hier mann und mann und zum strand das ist die folge wo roland den strand nicht fand sorry ab und zu ja ich habe ihn gefunden ab und zu reime ich mal eine runde er halt eben in meiner manier einmal halt eben gerne ja und das sind ganz böse viechertjes hier wenn ich da jetzt nicht aufpassen ja ja ich habe keine zeit zum sammeln von auch das noch will das nicht immer den lörker warane sind ja unheimlich schnell hau ab weiß dass ich hier so ein bisschen platz hatte da bei den weisertjes hier da ist ja schon das rettende schiff oh war ein gefährlicher waran naja 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 ok und drüber leute mal eben geschafft hier so frisch auf dem boot angelangt auf zu rock was für waffen stellst du her kannst du mir schmieden beibringen bringe bei wie ich magische erzwaffen wie man schmiedet wie sieht es im schmieden aus und sonst dann werde ich mal fragen kannst du wieder schmieden beibringen klar ich könnte dir beibringen wie du ein einfaches schwert schmied ist das kostet sich nur 30 gold stücke wenn du die grundlagen beherrscht kann ich dir auch beibringen magische erzwaffen herzustellen oder hättest du interesse goldschmiede arbeiten von mir zu lernen wenn du alles hierüber gelernt hast wärst du in der lage sehr mächtige ringe und amulette herzustellen wenn du das beherrscht bist du auf dem weg ein wahrer meister schmied zu werden dann könnte ich dir noch beibringen wie du rüstungen und roben verbessern kannst du kannst aber auch noch andere dinge bei mir lernen schwimmen tauchen und sogar akrobatik jetzt grins nicht so akrobatik kann ich schon seit meiner frühesten jugend es ist sehr nützlich wenn man sich schnell bewegen will oder über breite abgründe springen muss das ist ja ein teil der typ ist ja super multitalentiert geworden gut hier hast du dein geld danke ich kann es brauchen von mir aus können wir sofort anfangen so da gucken wir mal was er dann so alles beibringen kann kannst du mir übers waffen schärfen ah ja kannst du mir was über das waffen schärfen beibringen kann beibringen wie man pfeile herstellt kannst du mir beibringen wie man bolzen herstellt schmieden lernen kosten 3 lp bringen wir bei wenn man magische erzwaffen schmiedet und wie sieht es mit dem zubehör aus ja dann soll ich erstmal schärfen schärfen mal gucken wie viele lernpunkte das kostet kannst du mir was über das waffen schärfen beibringen na klar kann ich aber dass wir dich etwas gold kosten wie viel für die grundkenntnisse sagen wir mal 100 gold stücke 100 gold stücke ist das nicht ein bisschen viel im gegenteil mein junger das ist noch billig woanders würdest du viel mehr dafür bezahlen naja kannst du sie überlegen ok was regnet ihren ström ich kann es mir überlegen aber moment mal waffen stellst du ja man pfeile herstellt schmieden lernen bringen wir das waffen schärfen bei ein lernpunkt 100 jolt man nummer 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 das ist aber teuer was 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 ein misty weniger schon erschrocken ja 400 gold das können wir ja da mal wohnen machen so wo ist er jetzt hin und dann werden wir mal schärfen wenn wir was über das waffen schärfen bei 100 jolt bringen wir was über das waffen schärfen bei gut gleichmäßiges schleifen bringt dich vorwärts nichts überstürzen aber auch nicht beim schleifen einschlafen und schreibt die waffe nicht immer bei der gleichen stelle versuchte klingel gleichmäßig zu bearbeiten wenn du darauf achtest wirst du kein problem haben einfach gearbeitet zur waffen am steigstein zu schärfen wenn du mehr wissen willst musst du tiefer in die tasche greifen das wird dich dann 200 gold stücke kosten allerdings wirst du dann in der lage sein sehr viele waffen am steigstein zu schärfen aha das heißt nicht mehr eine sorte oder nur ein stück sondern vielleicht mehrere dann schmieden lernen kosten dreien lernen punkte also ich muss erst mal gucken kannst du mir beibringen wenn man pfeile herstellt kannst du mir beibringen wie man pfeile herstellt ja ich kann dir zeigen wie du peilspitzen anfertigst und diese an die schäfte anbringst ja okay das weiß ich kurz bringen wir was waffen mehr über das war bringen wir was was waffen schärfen bei noch mal da hat drei lern bringen wir bei wie man magische erzwaffen schmiedet ich glaube das kann ich jetzt nicht so gebrauchen fragen wir erstmal was der waffen stellst du her genau zum großteil nur ganz einfache schwerter aber wenn ich magisches erz hätte könnte ich natürlich sehr viel bessere waffen schmieden aber leider werden wir hier auf offener see wohl kaum etwas finden oder hast du etwa magisches erz bei dir dachte ich mir ja wie man bolzen herstellen kannst du mir beibringen wie man bolzen herstellen ja das kann ich dir zeigen ups das war ja eine andere stimme okay wie man bolzen herstellt bringen wir bei wie man magische erzwaffen schmiedet guck mal was wie man magische erzwaffen schmiedet du kennst dich doch nicht mal mit den grundlagen aus lerne erstmal ein ordentliches schwer zu schmieden dann sehen wir weiter ja 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 okay dann gehe ich mal an den schleifenden steigen alles in ordnung klammern mir geht's blendend und so nein wollen klammern sorry bei dem regen sehe ich kaum was ja hallo ich will auch mal muss ich jetzt warten bis er hier fertig ist mit schärfen naja gut okay dann machen wir folgendes nee da wollen wir nicht hin ich werde mich erst mal eine runde hinlegen um aufhören zu bluten na dann werden wir ganz früh aufstehen raus aus meinem bett auch lustig stimme ah da ist hark okay er hockt da heißt also der schleifstein ist frei hoffentlich ist er noch ein bisschen nass von dem regen jetzt gucken wir mal was wir machen klingen oder waffe schärfen gewöhnliche achsschärfen kleine sense schärfen grobes kurzschwert schärfen kurzschwert der familie schärfen sichel schärfen durch schärfen gewöhnliche moment mal ich will eigentlich das ding schärfen was ich ich will hier wieder raus kann ich komme hier nicht raus wenn ich hier angst schärfen kleine sind ach ich mache jetzt einfach alles so glückgewöhnliche achsschärfen was war das jetzt keine sende schärfen ah verstehe wurde irgendwie übernommen wird dann gehen wir mal alles durch werden wir sehen was war davon haben gibt es noch was nein gibt es nichts mehr gucken wir mal unten in unserem inventar nach ob da was da drüber steht paladin zwei händler einhand waffe talent talent einhand waffe wert ach hier da oben steht das alles ich gucke die ganze zeit nach links unten also hinter dem namen hier gewöhnliche axt ist schon geschärft worden gegen mich die sense ist geschärft der dolch ist geschärft und meine ausrüstung hier der hier in enter messer ist noch nicht geschärft ja was heißt das ich darf noch mal zum hawk gehen und bestimmt noch mal zweite runde nehmen schmieden lernen so bring mir was über das waffen schärfen bei drei lernpunkte 200 gold bringen wir was über das waffen schärfen bei gut die grundkenntnisse hast du ja schon bei den meisten waffen genügt allerdings ein einfacher grober schrift nicht du musst solche waffen ganz vorsichtig am schleifstein bearbeiten damit die klinge nichts von ihrer ursprünglichen schärfe verliert erst wenn du das beachtest kannst du solche waffen am schleifstein noch schärfe machen so so aha dann gucken wir mal gehen wir wieder zurück nach draußen an den schleifstein da jetzt noch bessere geschichten gibt klinge oder waffen sterben bad axt sterben langschwert sterben paladin zwei hände ente messe hinter schwert holzmesser ja das sieht gut aus mein gott was ein turbo schärfer der rohland das wird eine scharfe folge hier so so das war's dann auch noch mal sicherheitshalber gucken jawohl das war's okie dokie guck mal im inventar nach ob alles geschärft ist äh jetzt hat er meine ah die hat die hat die dings abgenommen ente messer ist geschärft das kann ich nicht annehmen ok die sind jetzt alle geschärft bis auf die stadt auf den sturmknecht so ansonsten moment legen ist nicht geschärft sollte man auch nicht tun ja das sieht das sieht scharf aus was hat denn jetzt mein ente messer für für den könig ja schaden 70 jetzt habe ich nicht darauf geachtet wie viel er vorher hatte muss ich dann mal später gucken ja dann speichern wir mal spielchen ab und ach ja wo wollt ihr denn alle hin zwischen mittag gegessen ne quatsch gefrühstückt was ein gewirr und gewahr hier das wollte ich denn gucken genau ich habe noch sechs lernpunkte ähm ne ich geh wieder hoch und sage lass uns zurück nach bandera ähm nö er ist es ja nicht wo ist denn jetzt gernot und gandellon holkar hä wenn ich mal albin das ist unser schiffsköchlein eric hey du eric sagt nix hm wie spät haben wir es denn 7.44 schutzig gucken wir mal was mein raum macht ups hallo mach mal die tür ich kann ich ja doch noch was machen ja kann ich schutzig hundert pfeile schön wunderbar pfeile geschärft habe ich geschärfte pfeile jetzt ich komme nicht mehr klar moment da ist ja pfeile bearbeiten amulette schmieden ringe schmieden rüstung okay salzbrocken zerkleinern brauche ich das wahrscheinlich noch nicht äh äh noch mal ganz wichtig gucken ich habe 110 geschärfte pfeile ich habe 25 schmetter pfeile und 15 bolzen und noch zwei pfeile 110 geschärfte pfeile zwei normale pfeile sehr sehr komisch beziehungsweise von der logik her müsste ne es ist nicht die beiden restlichen kann ich nicht schärfen naja ein gerbbaum kann ich was gerben nö er sägt am gerbbaum ja okay das haben wir jetzt dann auch jetzt habe ich geschärfte pfeile ergo sind die auch schärfer was sag ich denn da eine schadenfreude freudiger ähm hoffentlich ist es soweit dass hier die peepels stehen nee ich bin wieder zurück hey hey du what is the matter here olga der hält wache jibs wache ohne den richtigen schlüssel kriege ich das nie auf sorry so vielleicht pennen die hier alle nee das ist doch müssen doch hier alle pennen oder sowas wo ist denn jetzt der Heinz garne Loon Gärtnot wo sind die 8.29 Uhr die müssen doch da oben stehen so So, das ist nur ein Fehler gewesen. Hier sind sie nämlich. Ach, Tamora heißt das. Der Roma hat sich für unabhängig erklärt. Ach, das werden wir mal berichten. Tamora hat sich für unabhängig erklärt. Was sagst du da? Ist das wirklich wahr? Ja, leider. Bruno hat sich von König Roba losgesagt. Um ihn zu sprechen, muss ich erstmal in die Burg kommen. Das gelingt mir aber erst, wenn ich mir bei der Bevölkerung das notwendige Vertrauen erworben habe. Verstehe. Nun, es hilft alles nichts. Du musst unbedingt mit Bruno sprechen und erfahren, wo die Orgflotte hingesegelt ist. Außerdem musst du den Stadthalter überzeugen, dass er unbedingt wieder dem König die Treue halten muss. Wie soll ich das bitte schön anstellen? Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Versuche es zumindest. Mehr kann man wohl nicht tun. Na schön. Ich schaue mal, was sich machen lässt. Aha. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich muss nochmal zurück nach Tamora. In Ordnung. Ob meine super geschärften Waffen jetzt endlich mal was ausrichten können. Aber ich glaube es nicht. Na ja, klar. Abhauen, 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 abhauen. Und danach. Nee, kommt nicht. Gut. So, jetzt werde ich erst mal prüfen und checken, was mir hier denn die geschärften Waffen bringen. Oder zumindest diese geschärfte Waffe. Na komm. Die fuchsten immer so blöd. Jetzt endlich. Ich habe ja auch geschärfte Pfeile. Dann werde ich dann mal... Ach. Nee. Die Waffe richtet nichts aus. Na, gucken wir mal, was wir hier mit machen können. So. Ach, Moment. Ich glaube, ich muss mal wieder den Bogen abnehmen. Und hier geschärfter Pfeil. Normaler Pfeil. Schmetterpfeil. Probieren wir es erst mal mit dem geschärften Pfeil. So. Ähm, sorry, dass ich immer herhung will. Schmetterpfeil. 110 geschärfte Pfeile. Schaden 5. Während normale Pfeile nur Schaden 1 haben. Schmetterpfeil 15. Die will ich noch nicht ausprobieren. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt machen wir den grünen Paranen. Aber wirklich platt. Ich bin dafür, dass wir ihn jetzt platt machen. Einfach nur mit den geschärften Pfeilen. Ach, das bringt alles nichts. Der ist noch zu kräftig. Ja, dann kann ich also hier immer noch nichts ausrichten. Schmetterpfeil, das sind nur 25. Aber die werde ich doch auch noch mal ausprobieren. Tja. Vielleicht bringt es ja was. Man weiß es ja nicht. Probieren gehen. Geht über studieren. Warte mal. Nee, nicht da drunter. Ich will da hochklettern. Genau, richtig. Stolper, Stolper. Nee. Der schmettert mich. Gut, dann müssen wir noch mal hoch zu dieser Stadt da. Ganz vergessen. Schade. Das grünen so grün. Wenn Tamoras Pflanzen blühen. Was sagst du? Da muss ich wohl oder übel. Wieso bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Mann, oh Herrgott, Sacramento. Ich will noch mal, ja genau, sicherheitshalber mal einen geschärften Pfeil einladen. So. Ruben. Äh. Inko. Jo, ich muss was machen. Irgendwer hat doch so eine lustige... Zeig mir deine Ware. Richtig, die hat er ja. Ähm. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, was ich hier noch alles an wertvollen Sachen habe. Zum Beispiel eine silberne Schale für 38. Für 15. Wieso ist das so billig geworden? Verstehe ich nicht. Gucken wir mal eben, was Finko mir anbietet. Hey du! Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ja, dem habe ich schon meine Wertsachen verkauft. 38, 15, na gut. Ah, ist das dull. Das ist dull. Gut, okay, weg damit, weg damit. Was denn das? Ein Silberbrocken. Vielleicht brauche ich den ja noch. Ah. Dann hier mal so ein paar Edelsteinchen verkaufen hier. Das bringt ja auch nichts. Ein paar Sägen. Brauche ja nur eine. Kochlöffel brauche ich vielleicht auch noch. Reischäfte, was haben wir hier? Erzbocken, Stängel, Sumpfkraut. Ja gut, okay, ich rauche nicht mehr. Einen lassen wir nochmal. Honigtabak. Ah, das ist alles so billig. Leere Wasserflasche. Besen. Ja, genau richtig. Einen Besen lassen wir übrig. Schwarze Berle. Oh, die bringen viel. Komm. Eine zerkratzte silberne Schale. Auch weg damit. Dann Laborwasserflaschen. Dann Hämmer. Naja, das ist ja alles nicht viel. Honig, Tabako, Aquamarine, syrianisches Öl. Das brauche ich. Salz. Ein Horn bringt auch nicht viel. Rösterl. Klinge brauche ich wahrscheinlich alles noch. Ja, ansonsten noch was wertvolles. Wie zum Beispiel die Haut eines Reptils. Ja. Ripperfell. Hier. Schafsfels. Weizhangeln. Mal gucken. 40 Wolfsfelle. Ähm. Muss ich die irgendwie an wen verkaufen? Ich weiß es nicht. Keilerfell. Keilerfell. Ähm. Was bringen denn die hier? Hier. Altmünze bringen nix. Goldbrocken. Was ist das? Das ist eine goldene Halskette. Ja, okay. Komm. Weg damit. Drüder Anomitze. Eine Perle. Weg damit. Kohle. Das Eisenherzbrocken. So. Jetzt kommen wir gleich zum Schluss, liebe Leute. Keilerfell. Brauchen nämlich Kohle. Ich werde jetzt die Keilerfelle verkaufen. Zack. Welträuber. Zang. Werde ich auch verkaufen. So. Das lassen wir mal. Daxfelle. Werde ich auch verkaufen. Ich verkaufe jetzt alle meine Fälle. Für alle Fälle. Da könnt ihr in den Kommentaren schreiben, ob ich was falsch gemacht habe. Nur weil ich jetzt hier Fälle verkauft habe. Ja. Fische. Noch irgendwas. 1088. 28 Goldbrocken. Ich bringe auch nur drei. Ja. Sonst noch was Wichtiges oder Unwichtiges, was man verkaufen könnte. Was haben wir denn hier? Honig. Voll der Honig. Ach. Da muss ich ja noch Honigwaben auch noch kaufen. Bäh, 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 bäh. Ja. Okay. Wie teuer war denn noch mal deine Rüstung? 2000 Gold und 1300. Ah. Eine Golem-Rüstung. Erzähl mir nicht sowas. Ach, Mann, no. Ja. Honigwaben für Bertha. Bei einem Jägerlager. So weit ich das mitbekommen habe, ist es ja irgendwo da hinten rechts, also da an diesen Felsen entlang. Da habe ich nämlich irgendwie was gelesen mit Jägerhaus. Kann ich da Honigwaben kriegen, ohne dass da so viele Pipels sind? Ah, scheiße. Hm. Ja, ich werde da mal nicht langsprinten. Ach, du liebes Lieschen. Um Regen in die Traufe. Nee, nee. Wie viele sind es denn? Drei Stück. Drei Stück. Na. Die laufen wieder Ringel rein. Wo ist der? Ach, schade, schade, schade. Kommt wer hinter mir her? Nein. Okay. Ach, schwarzer Kobo. Viele. Psst, auf leisen Sohlen. Wie so viele. Okay, er kommt schon mal an. Ist gut. Ach. Du sollst dich nehmen hier. Okay. Pilz zum Essen. Gebratenes Fleisch zum Essen. Müssen wir das hier peu à peu machen? Okay, der scheint hier näher zu sein. Okay. Bist du. Sehr schön. Puh. Oh, hat ein bisschen Gold. Hast. Man merkt mir hoffentlich meine Anspannung an. Da ist nicht zu holen. Okay. Lieber was essen. Okay. Was ich auch gut fände, ist, wenn man wüsste, ob man den geschärften Pfeil jetzt... Was mache ich denn da? Achso. Wenn man wüsste, ob man den geschärften Pfeil jetzt geladen hätte... Bitte mal einen Kommentar dazu schreiben. Gehe ich mal doch näher ran und... Werde schon gleich hier aus der Distanz. Da hat mir die Stufe gestiegen. Oh, noch ein schwarzer Gopo. Ja, ja. Eine interessante Ecke hier. Wow. Gucken. Gibt es hier noch was? Oh, noch mehr Gopos. Ich muss was trinken. Was essen. Oh nein. Nicht noch mal raus holen. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist echt... Ich bin heute ein bisschen ruhiger. Ängstliche Wanderratte. Nee, ich werde hier mal die Hülle doch außer Acht lassen. Und mich mal mit der Wanderratte beschäftigen. Ich glaube nicht, dass die... Da hinten ist sie. Ja, schön. Nichts zu holen. Okay. Da hinten bewegt sich was. Wo sind denn... Wo ist denn dieses Jägerhaus? Ich will Jägermeister trinken. Ah, ich will immer meine... Pfeil und Bogen schießen. Noch eine ängstliche Wanderratte. Weil Scavenger... Ah, das ist wieder Pfeil... Pfeil... Werkzeug. Okay. Da ist nicht zu holen. Ja, weiter geht's. Ah, da hinten... Oh, ist das hoffentlich etwas Leichtes. Was Leichtes zu jagen hier. Oder mal. Oh, schöner Ambien-Sound. Schön. Sehr laut. Aber ich höre was. Ich höre Stimmen. Oh, cool. Oh, ho, ho. Na. Oh, direkt vor meinem Auge ein Spinnennetz. Oh, wie gefährlich. Okay, da hinten sind Weiß-Cavenger. Geht nicht kaputt, der Spinnennetz. Kann durchlaufen, geht nicht kaputt. Oh, spannend. Ja, Tamora ist wirklich einer meiner Lieblingsinseln. Hier, hier, da sind wieder die Stimmen. Die können wohl nicht auf dem Berg sein. Wo sind die, kommen die Stimmen her? Könnte doch sein. Guck mal. Aha. What's the matter ist hier. Ja, du liebe Flieschen. Jetzt bin ich hier gelandet. Super geil. Ja, danke fürs Zusehen bis hierhin. Ich muss zusehen, ob ich eine Rüstung ansparen kann. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Ich bedanke mich. Schreibt einen Kommentar. Gebt mir einen Daumen und wir sehen uns wieder. Oh mein Gott, nee, war das eine Folge. Bis zum nächsten Mal. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020